Und danke dafür für die neue Gästzeit, führende Zeit 36.05 für Mai, ihr Schild. Es geht weiter mit Janna Westerfield und Kami und Shelly. Stay. Janna Westerfield mit Kami und Shelly. An dieser Sequenz sehr schön zu sehen, wie der Hund an den vorderen Tunnel vorbeigelaufen ist, nicht hineingegangen ist. Das ist eine Verleitung, wie wir sagen, im Sport. Der Hund soll nicht den vorderen Tunnel nicht, sondern den hinteren. Das ist sehr schwer, muss der Hundeführer schon sehr präsent sein, um dem Hund auch ganz klar zu sagen, komm mit, bitte nicht in den ersten Tunnel und das alles in der Geschwindigkeit. Achten Sie beim zweiten Lauf nochmal drauf. Das sind schon einige Schwierigkeiten in diesem Parcours. Aber die beiden sind fehlerfeinig.